Wir müssen da hinten eh runter, dann können wir das eh nochmal verbinden. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wir müssen da hinten eh runter. Das Auto haben wir auch noch nicht, was ist das denn? Oh, ein R32 müssen wir uns natürlich auch noch holen. Da geht natürlich kein Weg dran vorbei. Ein R32 muss natürlich unsere Garage noch. So, 180 Autos. Bam. So, der nächste Ziel ist 200. Sehr gut. So. Gegenverkehrautos haben wir, glaube ich, mittlerweile. Alles gut.